Programmieren mit BlueBot über die Tasten Der BlueBot ist ein Bodenroboter, der über sieben Tasten programmiert werden kann. Jede Taste steht für einen Befehl. Vorwärts und rückwärts jeweils einen Schritt von ca. 15 cm. Linksdrehung um 90 Grad und Rechtsdrehung um 90 Grad. Mit dem grünen Knopf auf Los werden die eingegebenen Anweisungen ausgeführt. Ein zweites Tippen auf Los stoppt das Programm. Probieren wir es aus. Ein Schritt vorwärts, Linksdrehung um 90 Grad, ein Schritt vorwärts, Linksdrehung um 90 Grad, ein Schritt vorwärts, Linksdrehung um 90 Grad und ein Schritt vorwärts und noch einmal Linksdrehung um 90 Grad. Und los! Der BlueBot müsste sich jetzt linksrum im Quartat einmal über vier Felder bewegen, bis er wieder bei seiner Ausgangsposition ankommt. Mal sehen, ob wir richtig programmiert haben. Ja, das hat geklappt! Programmieren wir weiter. Und zwar einen Schritt vorwärts und nun einmal zurück und los! Na nun? Er dreht sich und er fährt weiter und führt die Befehle von vorhin aus. Das heißt, programmiert man neue Befehle, werden sie hinten an die schon bestehenden Befehle hintendran gehängt. Jetzt geht's erst vor und zurück. Das heißt, will man ein neues Programm programmieren, muss man erst kurz auf die X-Taste drücken, für Neu und das alte Programm löschen. Danach können die neuen Befehle programmiert werden. Einmal vor und einmal zurück. Wenn du willst, kannst du deine eigene Stimme aufnehmen, die abgespielt wird, anstatt des Piepens. Vorwärts! Dafür drückst du länger auf eine Taste, sagst dein Wort und wenn es zweimal gepiept hat, lässt du los. Für jede Befehlstaste kannst du eine zweisekündige Aufnahme machen. Willst du deine Aufnahmen wieder löschen, musst du die X-Taste zwei Sekunden lang drücken, bis zwei Pieptöne kommen. Dann ist alles gelöscht und der Blueboard macht wieder seine Pieptöne. Welche Anweisung musst du programmieren, damit der Blueboard seinen Weg durchs Labyrinth bis zum Stoppschild findet? Ein Schritt vor Drehung nach links Ein Schritt vor Ein Schritt vor Drehung nach rechts Ein Schritt vor Drehung nach links Ein Schritt vor Wieder Drehung nach links Ein Schritt vor Ein Schritt vor Drehung nach links Ein Schritt vor Und noch ein Schritt vor Und los! Mal sehen, ob die Befehle stimmen und der Roboter ankommt. Wenn nicht, dann haben wir einen Fehler gemacht. Das ist gar nicht schlimm, das gehört dazu. Dann machen wir uns auf die Suche, wo der Fehler ist und verbessern unser Programm. Viel Spaß! Hier hat alles gestimmt. Roboter ist angekommen. BIN BIN Untertitelung des ZDF, 2020